Sie verantworten die gesamte Projektorganisation und Steuerung. Wir nehmen Sie mit in die Welt des modernen Gerüstbaus und zeigen Ihnen, was wir für Sie tun können. Eine Ihrer größten Herausforderungen ist die kosteneffiziente Arbeits- und Materialplanung Ihrer Gerüstbauprojekte. Budgetüberschreitungen und nachträgliche Bestellungen durch ungenaue Planung und Kalkulation gilt es zu vermeiden. Mit der Gerüstsoftware PERI Path erhalten Sie Zugang zu detaillierten Berichten über den Material- und Arbeitseinsatz auf Ihrer Baustelle. Gerüste werden direkt in ein 3D-Modell der Anlage eingeplant, wodurch Materialkosten und Arbeitsstunden noch vor Projektbeginn kalkuliert werden können. Alle Aspekte, die das Projekt während der Ausführung aus dem Zeit- und Kostenplan werfen könnten, werden sofort erkannt. Wollen Sie Kosten einsparen? Fassen Sie die Arbeitsstunden ins Auge. Sie stellen den größten Hebel in der Kalkulation dar. Die einfache Handhabung und zugleich hohe Flexibilität von PERI ab reduziert den Aufwand für Ihre Mitarbeiter und senkt damit spürbar Ihre Kosten. Budgetüberschreitungen schaden dem Endergebnis, sind jedoch durch die Professionalisierung des Gerüstbaus auf Ihrer Baustelle vollständig vermeidbar. Gerüstbau ist planbar und eine genaue Kalkulation ist möglich. PERI zeigt Ihnen wie. Arbeitszeit, Material und Kosten sind jedoch nicht alles. Oberste Priorität für die Verantwortlichen ist die Sicherheit und der Schutz Ihrer Mitarbeiter. Die systemintegrierten Eigenschaften von PERI ab erhöhen die Sicherheit Ihrer Gerüste, Ihrer Mitarbeiter und damit Ihres Projekts. Unsere strengen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprozesse reduzieren das Risiko von Ausfällen und Unfällen weiter. Zudem sind die Bauteile von PERI ab vor einer Nachahmung in minderer Qualität geschützt. Fühlen Sie sich willkommen in der Welt des modernen Gerüstbaus mit PERI Produkten und Dienstleistungen.